Das hört man ja mal von diesen Seniorentrucks, dass die, wenn einer anfängt so ein Pedelec zu fahren, dann wollen alle eins haben. Das ist ja hier auch so eine richtige Fahrrad-Autobahn, kann man schon sagen. Die dürfen ja keine Autos fahren. Das ist Nicole Blasig. Sie fährt gerade mit ihrem neuen Pedelec zur Arbeit. Von Kinderhaus am Deitersweg bis zum LWL an der Warndorfer Straße. Die Strecke ist ungefähr sieben Kilometer lang. Nicole Blasig hat es sich noch etwas schwerer gemacht. Im Gepäck hat sie nämlich ihre Tochter Emily, die zweijährige, sitzt im Kinderanhänger. Also eigentlich ein relativ schweres Fahrrad. Zunächst ging es über die Gasselstiege, ein sehr idyllischer Weg. Man sieht, Frau Blasig ist hier relativ schnell unterwegs. Der Grund ist natürlich klar, sie fährt ein Fahrrad mit Elektroantrieb. Jetzt geht es in Richtung Wienburgpark. Dort gibt es viel Natur, Wasser, Spielplätze. Besonders schön für Emily, denn auf dem Nachhauseweg will sie dort immer anhalten, um noch etwas zu spielen. Das letzte Stück des Weges führt dann an der Kanalstraße entlang. Man wird gleich sehen, mit 26 Stundenkilometern. Das ist gar nicht schlecht für ein solch schweres Gespann. Aufmerksamués hat es eine sehr spannungsbestarkte Silvindeソdl. Man wird befindet die